In einem Freizeitpark in Klotten an der Mosel ist eine Frau nach dem Sturz aus einer Achterbahn gestorben. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Die 57-jährige Frau ist aus der fahrenden Achterbahn gefallen und starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort. Der Unfall im Wild- und Freizeitpark Klotten, der auch Oklotti genannt wird, ereignete sich gegen 16.30 Uhr etwa anderthalb Stunden, bevor der Park am Samstag regulär zumachen sollte. Staatsanwaltschaft und Polizei werden nun ermitteln, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020